In diesem Video zeige ich dir ein richtig geniales KI-Tool und zwar ContextMinds. Es handelt sich dabei um ein geniales Mindmap-Tool mit einer gehörigen Portion künstlicher Intelligenz. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mal so überspektakulär. Wenn man damit aber mal gearbeitet hat, dann kann ich dir nur sagen, der Grund dafür ist, ContextMinds ist eben ein sehr, sehr universell einsetzbares Tool, um einerseits Projekte zu planen, Themenrecherche zu machen, aber auch perfekt geeignet für Blogger und SEOs, denn du kannst damit mithilfe von KI eine perfekte Themenrecherche machen und auch Themencluster erstellen. So hier befinde ich mich auf der Startseite der ContextMinds Webseite. Keine Sorge, wir schauen auch gleich in das Tool hinein. Ich zeige dir auch gleich, wie du das Tool benutzen kannst und die geniale Benutzeroberfläche von ContextMinds. Hier die erste Headline auf der Webseite ist eigentlich extrem passend und auf der anderen Seite auch wieder nicht so passend. Ich sage dir gleich, was ich damit meine. Hier steht Generate SEO-Optimized Content Ideas in Seconds. Das ist die größte Überschrift, die erste Überschrift auf der Webseite, wenn man auf die Webseite kommt. Und ja, das stimmt. Du kannst damit wirklich perfekt eine Themenrecherche betreiben, zum Beispiel wenn du Blogger bist, deine Kategorien aufbauen, deine Beiträge planen, Themen-Silos erstellen, Themencluster planen. Dafür ist es perfekt geeignet. Auch schon Recherche machen für einzelne Beiträge, Informationen sammeln und somit kannst du wirklich perfekten Content vorbereiten. Der Grund, warum ich diese Überschrift allerdings wiederum gar nicht so passend finde, ist, da das das Tool ein bisschen darauf reduziert. Zumindest mit dieser Überschrift. Denn ContextMinds kann viel mehr. Du kannst es auch für ganz andere Sachen nutzen. Also auch wenn du kein Blogger bist, wenn du kein SEO machst und du keine Themencluster für eine Webseite erstellst. Du kannst es einfach perfekt nutzen für Projektplanung oder generell, um Dinge und Ideen zu visualisieren. Dafür ist ja generell eigentlich ja eine Mindmap gut geeignet. Und ContextMinds, wie gesagt, ist eben ein Mindmap-Tool mit ganz vielen KI-Funktionen, die dich unglaublich in deiner Recherche unterstützen. Und das möchte ich dir jetzt gleich demonstrieren. An der Stelle aber auch gleich der Hinweis, du findest einen Spezialdeal zu ContextMinds unter dem Video. Das ist quasi die günstigste Möglichkeit, wie du ContextMinds nutzen kannst. Dieser Deal ist aber nicht für immer verfügbar. Also schau dort am besten vorbei, wenn du dich für ContextMinds interessierst. Am Ende des Videos werden wir auch auf das Pricing eingehen. Aber ich würde vorschlagen, jetzt schauen wir uns ContextMinds mal genauer an. Bleiben wir noch ganz kurz auf der Webseite, bevor ich mich einlogge und dir das Tool von innen zeige. Denn das sind immer ein paar Grafiken, die das eigentlich schon mal ganz gut darstellen, was du mit diesem Tool machen kannst. Wie zum Beispiel auch diese Grafik hier, Research, Brainstorm, Planen und Visualisieren. Das trifft es eigentlich ganz gut, was du mit diesem Tool machen kannst. Und auch diese Grafik, die schnell und einfach darstellen soll, was man bei ContextMinds bekommt, finde ich relativ treffend. Hier steht eben, ContextMinds ist eine Kombination aus ChatGPT, Miro und SEMrush. Miro ist eben so ein Visualisierungsplanungstool, so ein Mindmap-Tool, hat aber auch noch andere Funktionen. SEMrush ist wohl eines der bekanntesten All-in-One-SEO-Tools. Ganz so ist es natürlich nicht. Du bekommst mit ContextMinds kein All-in-One-SEO-Tool. Allerdings bekommst du einige wichtige Metriken, auch bezüglich Keyword-Recherche und so weiter. So sieht das aus, wenn du eingeloggt bist in ContextMinds. Sehr, sehr aufgeräumt, sehr, sehr clean. Gefällt mir sehr gut. Also man kommt gleich auf eine Übersicht, wo man seine erstellten Mindmaps sieht. Das sind jetzt nicht alle Mindmaps, die ich erstellt habe. Das ist eigentlich nur mein Test-Workspace sozusagen. Also das ist schon mal eine Funktion. Du kannst dir mehrere Workspaces machen und diese wechseln. Hier bin ich jetzt nur in einem Test-Workspace, eben extra für das Video, um das zu demonstrieren. Denn ich habe hier auch schon einige Mindmaps erstellt, wo ich Themen behandle, die ja auch produktiv bei mir im Business im Einsatz sind. Die möchte ich natürlich jetzt nicht direkt im Video zeigen. Aber man kann sich eben verschiedene Workspaces erstellen, je nach Plan. Da gehen wir am Ende des Videos noch darauf ein. Und in diesen Workspaces kannst du dir dann deine Mindmaps organisieren. Du kannst sie dann auch zusätzlich innerhalb der Workspaces dann auch noch in Ordner sozusagen organisieren, mit anderen zusammenarbeiten. Und du kannst Mindmaps auch teilen. Also man kann immer hier auf Share Map klicken. Dann bekommt man einen Link und kann diese Mindmap öffentlich zugänglich machen. Wenn du jetzt etwas Neues planen möchtest, zum Beispiel eine Content-Strategie für deinen Blog, aber auch eine Marketing-Kampagne, eine Geschäftsidee, völlig egal was, dann klickst du einfach hier auf New Map. Und ich nehme es jetzt mal als Beispiel, weil ich persönlich nutze es ja, um Themencluster zu erstellen. Und sagen wir mal, ich würde jetzt ein neues Blog-Projekt starten, das ich über Affiliate monetarisiere. Und da geht es um das Thema Selbstverteidigung. Deswegen schreibe ich hier mal zum Start Selbstverteidigung. So, und dann klicken wir auf Create und dann wird diese Mindmap erstellt. Und das ist eben wirklich der Bereich, wo das Magische passiert sozusagen. Du kannst hier jetzt eine klassische Mindmap erstellen, also so wie man es kennt. Das wäre jetzt noch nichts Besonderes. Ich könnte jetzt bla 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 irgendwas schreiben, habe das da verbunden, könnte da wieder irgendwas schreiben und könnte mir das dann natürlich irgendwo hinziehen, alle Dinge miteinander verknüpfen oder Verknüpfungen lösen und so weiter. Das wäre ja alles völlig unspektakulär, klassische Mindmap-Funktionalität. Aber das eigentlich Geniale an ContextMinds ist diese Sidebar, die man übrigens auch in der Größe verschieben kann. Also ich finde das Dashboard wirklich schön gemacht. Also man arbeitet wirklich gerne damit. Sagen wir mal, wie gesagt, ich mache einen Blog zum Thema Selbstverteidigung. Mein Ziel ist es, dass ich damit Traffic aufbaue, Rankings aufbaue und dann ja zum Beispiel verschiedene Produkte empfehle und dann über Affiliate Marketing Geld verdiene. Ist ja egal, das wäre jetzt zum Beispiel ein neues Blog-Projekt, was ich starten würde. Starte ich natürlich nicht, sonst würde ich es nicht hier im Video vorstellen, aber das war jetzt nur die Idee fürs Video. Das heißt, wenn ich hier mal auf Selbstverteidigung klicke, dann öffnet sich hier auf der linken Seite, wie gesagt, diese Leiste, beziehungsweise hat man da jetzt ganz viele Funktionen. Und das ist eben eine Kombination aus KI-Funktionen und Live-Daten aus dem Internet. Das heißt, was hier voreingestellt ist, wenn man diese Suggestions aktiviert, sind die Topics. Das heißt, du bekommst schon mal Themen, die zu dem Thema Selbstverteidigung passen. Zum Beispiel Kampfkunst, Pfefferspray, Notwehr, ja und eben noch andere Dinge. Du könntest auf Keywords klicken, dann bekommst du zum Beispiel das, kannst du hier auf der linken Seite sehen, Search Volume und Keyword Difficult Score. Zum Beispiel, das hätte jetzt ein Suchvolumen im deutschsprachigen Raum von 3400 monatlich mit einem Difficult Score von 25. Und hier könnte man neue Keywords eben auch recherchieren. Dann auch gleich Fragen rund um das Thema, auch mit verschiedenen Filtern, also zum Beispiel Trending-Questions oder auch Chat-GPT-Questions. Also man kann sich auch Fragen sozusagen mit der KI generieren lassen, einfach nur, um schnell Ideen zu bekommen, was auch rund um das Thema interessant sein könnte. Wenn du aber keine KI-generierten Ideen haben möchtest, sondern nur wirklich Fragen angezeigt bekommen möchtest, die auch wirklich online gestellt werden, dann könntest du diesen Reiter hier entfernen. Und zusätzlich hättest du hier auch noch, ja, könntest du es noch sortieren, also zum Beispiel nach Suchvolumen, nach Keyword Difficult Score und so weiter. Dann hier Articles bekommst du gleich zu diesen Keyword Selbstverteidigung, die top rankenden Beiträge und so weiter. Und kannst dann auch immer auf dieses Keyword, auf diesen Beitrag, auf alles kannst du eben draufklicken und bekommst dann noch weitere Insights zu dem jeweiligen Punkt. Das funktioniert eben auch in den anderen Reitern, also wenn ich hier jetzt zurück wechsle auf Keyword, wenn ich dann hier auf Selbstverteidigung draufklicke, dann bekommst du hier eben noch mehr Metriken, Related Articles, Web Articles, Wikipedia Abstracts. Du kannst dir dann auch zum Beispiel nur wissenschaftliche Beiträge raussuchen lassen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es zu Selbstverteidigung so viel Scientific Articles gibt oder auch Reddit Articles oder dir auch gleich von Chat-GPT etwas erstellen lassen und so weiter. Jetzt sucht er noch nach Scientific Articles, da macht er wirklich jetzt eine Live-Suche zum jetzigen Zeitpunkt, also du bekommst brandaktuelle Daten. Und ja, er hat tatsächlich hier auch Studien gefunden. Diesen Punkt finde ich gerade für Blogger extrem genial. Je nachdem, in welcher Nische du bist, sind natürlich auch Studien für deinen Content extrem relevant. Vor allem dann, wenn du in der JMJL-Nische bist, also Your Money or Your Life, vor allem eben wo es um medizinische Themen geht, zum Beispiel über Nahrungsergänzung oder sonstiges, das fällt auch schon da rein. Also alles, was ein bisschen so Gesundheit und so weiter betrifft, da musst du natürlich mit Studien arbeiten, um einen wertvollen Content zu erstellen, der dann auch die Chancen auf Rankings hat. Und alleine, dass du hier mit einem Klick auch wissenschaftliche Beiträge recherchieren kannst und das auch filtern kannst und so weiter zu den verschiedenen Keywords, ist eine super, super geniale Funktion. Wie gesagt, auch Fragen, Überschriften, Überschriften aus den rankenden Beiträgen. Hier finde ich nur schlecht. Hier hat man auch ein Filtersystem. Ich kann jetzt sagen, nicht Chat-GPT-Headings, sondern wirklich nur Headings von Beiträgen, die wirklich ranken. Was ich schade finde, ist, dass man hier nicht differenzieren kann zwischen H1, H2, H3-Überschriften. Aber das ist, glaube ich, schon der einzige Nachteil, der mir überhaupt am ganzen Tool aufgefallen ist. Ja, und du hast natürlich ein Chat-System integriert. Du könntest den Chat-Bot schon einiges fragen, dir vielleicht Artikel, Outline-Ideen etc. vorschreiben lassen. Alles das ist integriert. Wenn du das Video bis jetzt gesehen hast und wirst du sagen, okay, die Funktionen sind toll, aber wie ist das jetzt alles eigentlich kombiniert in dem Sinn, weil es ja ein Mindmap-Tool ist, bräuchte man da jetzt dieses Mindmap-Tool? Klar, du kannst dir jetzt hier das manuell erstellen, aber du könntest natürlich auch einfach, wenn ich sage, okay, mein Blog geht um Selbstverteidigung und ich habe halt verschiedene Themen. Das heißt zum Beispiel, ein Thema ist das Thema Kampfkunst. Jetzt könnte ich, wenn ich auf das Plus-Symbol klicke, könnte ich mir sofort hier das Thema Kampfkunst hinzufügen lassen und könnte dann hier im Thema Kampfkunst weiter recherchieren. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, das Thema Kampfkunst wäre eine Kategorie auf unserem Blog und da kommen eben Beiträge zu dem Thema Kampfkunst rein, die dann wieder gut intern verlinkt werden. Das wäre unser erstes Themen-Cluster zum Beispiel. Das verbinden wir von hier nach hier. Das heißt, unser Blog geht um Selbstverteidigung. Ein Thema ist Kampfkunst. Hier könnten wir dann noch Unterthemen machen zum Beispiel und dann eben auch einzelne Blog-Beiträge planen. Ich könnte jetzt natürlich die einzelnen Blog-Beiträge, wenn ich hier auf Kampfkunst bin, werden mir schon einige Themenvorschläge gemacht und so weiter. Aber sagen wir mal, wenn ich jetzt den Blog weiter planen würde, ich würde jetzt ja noch ein weiteres Cluster mal anlegen und dann recherchieren wir Beiträge zu den Clustern. Du kannst auch das manuell machen. Du musst jetzt nicht immer einen Vorschlag. Ich kann jetzt manuell einfach mal sagen, Selbstverteidigungswaffen. Dann klicke ich da drauf und dann schauen wir mal, was bekommen wir für eine Vorschläge zu Selbstverteidigungswaffen, welche Themen, Cluster etc. Beziehungsweise welche Themen, welche Beiträge ranken dazu, Arten von Selbstverteidigungswaffen, Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit Selbstverteidigungswaffen und so weiter. Also auf einen ganz schnellen Blick hat man hier schon ganz viele Ideen. Jetzt könnte ich mir diese Ideen, also du kannst das ja so super ziehen, kannst ja alles irgendwo hinziehen, könnte ich mir das alles jetzt quasi, wenn ich sage, okay, das wären schon Ideen für einzelne Blogbeiträge, könnte ich mit einem Plus-Symbol diese natürlich hinzufügen und hier verbinden. Aber vielleicht eine bessere Möglichkeit für einzelne Ideen, also ich lösche das jetzt wieder, eine bessere Idee wäre es vielleicht, diese einzelnen Ideen hier innerhalb dieser Position sozusagen anzuhelfen. Das funktioniert so, indem du hier reinklickst zum Beispiel und dann auf das Plus-Symbol klickst, dann schiebt das dir hier gleich rein. Das heißt, da könnte man sagen, okay, das wären jetzt einzelne Beiträge, jetzt habe ich nicht reingeklickt, aber keine Sorge, ich kann das hier reinziehen. Also du kannst wirklich alles reinziehen, rausziehen, ist wirklich super gut in der Bedienung und da könnte ich jetzt für dieses Themencluster sozusagen meine einzelnen Beiträge planen. Planen, überblicksmäßig mal, dass ich sage, okay, diese sieben, acht, neun oder zehn Beiträge plane ich für dieses Themencluster und dann kannst du auch noch reingehen in die einzelnen Vorschläge oder Beiträge, die du geplant hast und hier weiter recherchieren. Da ist es dann eben wirklich vorteilhaft, wenn du dir so Dinge wie, welche Fragen werden dazu gestellt, welche Überschriften kommen in den Beiträgen vor, welche Beiträge ranken dazu übrigens auch. Du siehst, es dauert immer ein bisschen, weil er wirklich die Daten live abgreift, aber dann hast du relativ viele Daten und wenn du da drauf klickst, bekommst du da eben noch mehr Einblick. Und so kannst du dann weiter vorgehen und dir zum Beispiel einzelne Beiträge vom Inhalt her schon mal vorplanen, dass du wirklich sagst, weil du ja wirklich hier auch eine Übersicht hast der konkurrierenden Beiträge, weil du hier eine Übersicht hast über die Überschriftenstruktur sozusagen der Beiträge, weil du hier dann eine Übersicht hast an Fragen, die oft gestellt werden zu diesen einen Beitrag sozusagen. Somit könntest du dir schon mal perfekt ein Outline vorplanen, also wenn du dann da drauf klickst, kannst du dir ja auch weitere Notizen anheften direkt innerhalb dieses einen Beitrags oder hier das nochmal kleinteiliger strukturieren, indem du dir hier noch so eine Unterkategorie machst und so weiter. Also das heißt, so könnte man vorgehen, auch das Interface ist wirklich, wenn ich mit der Maus einfach nur scrolle, kann ich es kleiner, größer machen. Also so kannst du vorgehen, dass du wirklich sagst, okay, Thema deines Blogs, das sind die Themencluster, die du aufbaust und dann innerhalb dieser Themencluster recherchierst du einzelne Beiträge und dann zu den einzelnen Beiträgen kannst du schon Informationen einholen und dann wirklich schon Dinge vorausplanen. Aber wie gesagt, dieses Tool kannst du nicht nur nutzen als Blogger, als SEO oder im Bereich Content SEO, sondern dieses Tool kannst du genauso gut nutzen, wenn du eine Marketingkampagne aufsetzt oder wenn du sagst, du möchtest ein neues Businessmodell starten, neues Online-Business starten oder ein Offline-Business starten und du brauchst einfach eine Planung. Dann kannst du das eben genauso nutzen und eben diese Funktionen sind sehr universell einsetzbar. Alleine auch dieses Fragentool, dass du dann die Fragen zu einer gewissen Sache eben ausgegeben bekommst, die oft nachgefragt werden und so weiter. Das ist auch zum Beispiel zum Planen eines Business interessant, weil dann weißt du gleich genau, okay, was sind da so die Dinge, die oft nachgefragt werden, welche Fragen hat meine potenzielle Zielgruppe und so weiter. Oder eben, wenn du eine Marketingkampagne aufbaust, du kannst dir hier ein Funnel-System planen. Du kannst jetzt, wenn du sagst, okay, du machst E-Mail-Marketing, du möchtest dir hier eine E-Mail-Marketing-Sequenz planen mit verschiedenen Funnels und so weiter, kannst du alles in diesem Tool machen. Natürlich kannst du das dann alles noch von den Farben her ändern, wenn du jetzt ein sehr visueller Typ bist, könnte ich jetzt eine andere Farbe dafür nehmen, könnte auch Tags vergeben und so weiter. Und dann wäre das jetzt in dieser Farbe. Und so kannst du eben mit verschiedenen Farben arbeiten, für verschiedene Dinge. Kannst auch hier oben dann, das finde ich auch genial, wenn du eine große Mindmap hast, hier innerhalb deiner Mindmap suchen. Und wie gesagt, hier hast du diesen Teilen-Button und du könntest die Mindmap sogar einbinden. Also bekommst hier auch einen HTML-Code, um diese Mindmap auf einer Webseite einzubinden. Du könntest damit also auch Infografiken erstellen. Sehr, sehr genial. Kannst es natürlich exportieren als PNG-Format, als PDF-Format und kannst es, wie ich es schon gezeigt habe oder mehrmals schon gesagt habe, kannst es auch teilen. Und je nach Plan kannst du auch mit anderen zusammenarbeiten. Eine Funktion möchte ich noch zeigen oder eine Einstellung, zum Beispiel hier Target, Country and Language. Da habe ich eben Germany ausgewählt. Das bezieht sich eben auf diese ganzen Live-Daten, die abgeriffen werden. Dann weißt du, die kommen von Google.de zum Beispiel. Und dann hier kannst du eben auch noch die Metriken, Keyword-Rankings. Das kommt eben von dem SEO-Tool SpyFu. Ja, Autoverlinkungen könnte man einstellen und so weiter. Hier bei den Map-Actions könntest du eben diese Map kopieren und so weiter. Könntest du hier aus reinen Text herunterladen, exportieren, wie ich es eh schon angesprochen habe, drucken und so weiter. Auch als CSV exportieren. Das sind alles Funktionen, die ich so noch nicht genutzt habe. Aber auch als SVG-Format. Coole Sache. Also wie gesagt, du siehst, das Tool ist überhaupt nicht überladen. Es hat jetzt nicht 100 Millionen Funktionen. Es ist einfach ein Mindmap-Tool. Aber wirklich mit dieser genialen Funktionalität, dass du, sobald du irgendwo draufklickst, sozusagen dir diese Suggestions einblenden lassen kannst. Und dann diese Suggestions sozusagen auch mit einem Klick in deine Mindmap hinzufügen kannst. Dann eben verbinden kannst, wie du das möchtest. Weiter recherchieren kannst. Du kannst es dann eben auch als Unterkapitel irgendwo anders einfügen. Also auch die ganze Benutzererfahrung, das ganze Dashboard von diesem Tool ist richtig genial. Also wenn das etwas ist, was du benötigen könntest. Ich denke, jeder, der irgendeine Art von Business hat, kann dieses Tool wirklich benötigen. Blogger, SEOs und so weiter umso mehr. Aber wenn das etwas ist, was du benötigen kannst, dann schau wie gesagt in die Videobeschreibung. Da ist ein Affiliate-Link drinnen zum günstigsten Preis von Context Mainz und eben auch ein Spezialdeal, der aber nur noch für relativ kurze Zeit verfügbar sein wird. Ansonsten kannst du natürlich auch direkt auf die Webseite gehen, dann auf Pricing und ja, da können wir uns das Pricing mal ansehen. Hier steht auch Start for Free. Ich habe den kostenlosen Plan gar nicht ausprobiert vorher. Ich habe es eben direkt gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein dauerhaft eingeschränkt kostenloser Plan ist oder ob du es nur für ein paar Tage nutzen kannst. Bei den Preisplänen geht es jedenfalls los mit 22 Dollar pro Monat, also 20 Euro pro Monat. Aber wie gesagt, Spezialpreis, Spezialdeal, den findest du unter dem Video. Und dann gibt es eben noch einen Pro-Plan, einen Businessplan, der kostet eben 210 Dollar pro Monat. Im Großen und Ganzen unterscheiden sich diese Pläne allerdings hauptsächlich in den Ressourcen. Also zum Beispiel, du kannst in jedem Plan, das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, du kannst in jedem Plan unlimitiert viele Mindmaps erstellen. Also das ist nicht limitiert. Es ist allerdings limitiert auf die Anzahl der Nutzer und die Anzahl der Workspaces. Das heißt, wenn du jetzt nur für dich selber das Tool nutzt und du auch nicht mit anderen zusammenarbeitest, dann wird wahrscheinlich dieser Start-up-Plan für dich absolut ausreichend sein. Genau, 5 GB Storage, das habe ich vielleicht zu wenig gezeigt. Du kannst natürlich auch Dinge hochladen in deine Mindmap, in diese einzelnen Felder deiner Mindmap, in die Unterfelder und so weiter. Du kannst da Bilder reinladen, kannst dir Notizen schreiben, kannst Dinge anhängen. Also du kannst wirklich alles ganz bis ins Kleinteiligste sozusagen planen. Und da hat man eben auch 5 GB Storage hier im kleinsten Plan. Kannst hier aber nicht zusammenarbeiten mit weiteren Usern. Und es gibt halt eine gewisse, also 6000 Keyword-Abfragen pro Monat, 2000 Live-Daten-Abfragen pro Monat. Also das ist eigentlich schon sehr, sehr großzügig dimensioniert, auch im kleinsten Plan. Und wie gesagt, in den größeren Plänen bekommst du halt mehr Workspaces, mehr Nutzer und auch mehr monatliche Abfragen. So, das soll es jetzt aber gewesen sein von meiner Seite. Ich finde dieses Tool richtig, richtig genial. Was hältst du von ContextMinds? Was sind auch deine Erfahrungen damit, wenn du das Tool schon nutzt, schon ausprobiert hast? Schreib bitte gerne einen Kommentar. Wie gesagt, Link zu ContextMinds und zum besten Preis zum Spezialdeal unter dem Video. Ich bin raus. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.